Liebes Rotkäppchen, Dein Vater ist sicher nicht zu ersetzen, aber denk dran, der Jäger ist ein guter Mensch. Er hat mich und die Großmutter aus dem Wolf befreit. Gib ihm eine Chance. Ach, und dein Kamrad ist wirklich ganz süß. Den würde ich am liebsten mitnehmen in den Berg. Geht aber nicht. Glück für dich. Halte mir die Daumen, dass ich zurückkommen kann, denn meine Familie wartet auf mich. Daniel Jung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.